Ich bin heute hier, um neue Sachen zu lernen und um alte Sachen zu festigen. Man weiß nie alles, man muss für die Zukunft vorsorgen. Die Stimmung der Community auf diesem Event ist gut, nicht euphorisch, aber wir sind ja alles Handwerker und von daher fasse ich das heute sehr positiv zusammen. Besonders spannend fand ich von den bisherigen Themen, die Kalkulationen, mir liegen Zahlen sehr am Herzen und da ist das System Vollkostenkalkulationen sehr interessant gewesen. Die eine Sache, die ich heute mitnehmen werde vom Learning, ist die Sache, dass man sich ständig fortbilden sollte, dass man ständig Hilfe annehmen sollte, dass man nie alles weiß und dass man immer vorausschauend handeln sollte.